Hey zusammen, 2021 war ja ein wirklich besonderes Jahr von der Keramikversiegelung über das Projektfahrzeug 1, Projektfahrzeug 2. Dann haben wir hunderte Stunden an Fahrzeugvorstellungen, Messe, Caravansalon, Händlertagung, Kroatien, Montenegro, einfach so viel. Und jetzt zeigen wir euch nochmal die Highlights. Hey, jetzt gib mein Nix an, ja? Oh, ist der Saufer. Oh, ist der Saufer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne nochmal alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr, maximale Erfolge, Gesundheit, alles was man braucht. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.